Hallo, ich hatte ja schon mal ein Video gemacht zum Thema Geolocation und OSINT Curious hat jetzt einen interessanten Blogartikel gebracht, wo sie sehr krasse Unterschiede bei dieser IP-Adresse festgestellt haben, von dem was die Geo-IP-Anbieter so sagen, wo diese IP-Adresse denn sein soll. Wir können uns das mal anschauen, indem wir diese IP-Adresse hier einfach bei resolve.rs eingeben und stellen fest, Russland, Niederlande, Russland, Russland, Großbritannien, Russland, Großbritannien und so weiter. Also das ist doch eine erhebliche Abweichung, nicht nur ein paar Kilometer, nicht nur ein paar hundert Kilometer, sondern komplett andere Länder, in denen das angezeigt wird. Max Mainz selber, die wir im letzten Video besonders angeschaut haben, sagt Russland. Schauen wir mal nach, was denn jetzt nun genau da gesagt wird. Und hier steht Genauigkeitsradius 1000 Kilometer. Das klingt ein Stück weit nach Würfeln. Also der Abstand ist schon wirklich enorm, 1000 Kilometer Radius. Das heißt im Endeffekt, wir haben so gut wie keine Ahnung. Wenn wir uns mal, Max Mainz geht ja recht transparent mit seinen Sachen um, uns anschauen, wie genau denn die Daten von Max Mainz selber eingeschätzt werden. Und dann schauen wir mal an, wie das so für Deutschland ausschaut. Dann sehen wir, dass sie sagen, ja unsere Daten sind zu 80% genau und zu 18% sind wir eigentlich, liegen wir falsch. Und das bei einem Radius von 50 Kilometer. Wenn wir jetzt sagen, 10 Kilometer, dann sind sie auf einmal nur noch bei 50%, wo sie sagen, da sind wir genau. Und wenn wir jetzt noch sagen, nee, wir schauen uns mal nur den Mobilfunkbereich an. Dann liegen wir hier bei 21% Genauigkeit. Also das heißt, die wissen auch selber, dass ihre Daten jetzt nicht der Knaller sind. Aber der Nutzer, der muss das halt wissen, dass die Daten nicht der Knaller sind. Und wenn es dann tatsächlich, wie in dem Fall möglicherweise auch noch das falsche Land ist, weil ich meine die Auswahl Russland, Großbritannien, Niederlande ist ja doch recht breit, dann wäre es vielleicht sinnvoll, wenn man Möglichkeiten hätte zu überprüfen, wie man, ja was denn jetzt am ehesten stimmen könnte. Als erstes kann ich natürlich mal ein Whois auf diese IP-Adresse machen und dann stelle ich fest, dass das von einer britischen Firma, also dass die diese IP-Adresse hat und die heißt irgendwas mit Cloud. Nur weil die diese IP-Adresse hat, heißt das natürlich nicht, dass die in Großbritannien auch verwendet wird. Aber es erklärt zumindest, warum vielleicht Großbritannien in dieser Liste überhaupt vorkommt. Genau. Es gibt so Dienste, mit denen man so Pings von überall her auslösen kann. Und wenn man jetzt hier diese IP-Adresse eingibt, dann darf ich das gerade nicht machen, weil die gerade irgendwie überlastet sind. Nun gut, gibt es auch hier. Und da kann ich auch mal einen Ping laufen lassen. Hier kann ich halt auswählen, von wo. Und wenn ich Klick habe, pingt der auch. Timeout. So, ich habe jetzt mal einen von Düsseldorf laufen lassen. Deutschland war ja jetzt zwar nicht in den Optionen dabei, aber wir sehen hier um die 10 Millisekunden. Das heißt, wir sind jetzt nicht so weit weg, aber auch nicht richtig nah dran. So kann man das herausfinden. Und wenn dieser Dienst jetzt gerade geklappt hätte, dann hätte ich folgendes Ergebnis bekommen. Das hier eben auffällig wäre, dass im Bereich Amsterdam hier eine Millisekunde und ein paar zerquetschte. Die Dauer zwischen ich schicke ein Paket hin und bekomme es zurück ist, während eben Nürnberg war hier 10 Sekunden, also ähnlich wie Millisekunden, also ähnlich wie Düsseldorf. Das heißt also, wenn ich so gravierende, abweichende Ergebnisse habe, dann kann ich recht schnell feststellen, wo jetzt diese IP-Adresse ungefähr ist. Und hier damals zumindest mit diesem Ergebnis muss man sagen, sie wurde sicherlich irgendwo in Holland in der Nähe von Amsterdam verwendet. Das kann heute wieder ganz woanders sein. Das Unternehmen hat halt diese IP-Adresse angemietet und wo sie gerade verwendet wird, liegt bei global agierenden Unternehmen natürlich in deren Ermessen. Aber so kann ich auf jeden Fall ein Geolocation nochmal genauer verifizieren. Eine zweite Möglichkeit wäre auch noch ein sogenannter Traceroute. Dann kriegt man so ein Ergebnis hier. Das kann ich auch hier mit diesem 1299 auslösen. Wahrscheinlich klappt es nicht. Nachdem der Ping ging ja schon nicht chart. Ah doch. Also, und dann kriege ich hier eben so ein Ergebnis. Von hier ist es eben losgelaufen. Es läuft hier in dem 1299er Netz die ganze Zeit irgendwie hin und her. Hier bin ich auch noch bei 1299, also dem Dienst hier. Und ja, hier bin ich jetzt eben bei retten.net mit AMSNL. Das könnte auf Amsterdam-Niederlande hinweisen. Ja, und hier bin ich dann irgendwann bei dieser Ziel-IP-Adresse. Also, wenn ich dann so Sachen lese und interpretieren kann, könnte ich jetzt auch sagen, okay, ich habe hier einen Hinweis auf Niederlande. Ich habe über den Ping einen Hinweis auf die Niederlande. Damit kann ich dann so meine Geolocation einigermaßen verifizieren und kann dann halt sagen, von dieser Masse an Ergebnissen, die ich hier hatte, ist eigentlich Big Data Cloud wohl derjenige, der es am besten getroffen hat. Okay, lasst euch auf jeden Fall von diesen technischen Angaben gar nicht so arg verwirren. Im Endeffekt hier vorne ist ein Domain-Name, der halt ein bisschen länger ist. Hier hinten ist eine IP-Adresse und hier ist eben eine Dauer der Antwortzeit. Und wie gesagt, das hier ist, weiß nicht, ob das immer so klar lesbar ist, dass da kurz vor Schluss eben, ja, so etwas steht, was einem Hinweis gibt, wo es denn sein könnte. Ich denke, diese Zeit hier mit dem Ping ist auf jeden Fall, na, wo haben wir sie, das hier ist auf jeden Fall schon mal eine ganz tolle Möglichkeit, um einfach zu sehen, es ist ungefähr da. Aber gerade läuft hier der Ukraine-Krieg da. Sind viele Dienste gerade ein bisschen langsamer. Okay, macht's gut. Ciao, ciao.